Dann gehen wir mal zum Countdown. Sehr gut, alleine starten. Ich versuch so schnell wie ich kann mich einzuloggen. So... Pass hier, gehen wir mal hin. Wir haben gegen Besuch. Spüren Sie es, Mr. Krabs? Oh oh. Ja, das ist Sentinel. Schreibgewehr. Ach, halt doch's Maul, alter. Ich konnte noch gerade so rauskroppen. Ja, cool. Kannst du gleich von dem Boden aussammeln. Äh, du kannst mich auch da jetzt schon aussammeln. Perfekt. Ja. Geh schön von hinten ran, damit rechnen sie nicht. Schau mir ab, so ist jetzt ein Schnitzel, ich muss jetzt lossetzen. Ich habe nur 45 Sekunden, um in den nächsten Ring zu kommen. So eine Scheiße. Ich weiß, fand ihr mal richtig. Jo, ich habe gerade mit weißen Schilden wieder ein Schild gedroppt. Ah, fuck. Ich hab dann... Scheiße. Ich habe gerade mit dem ersten Ring. Ich denke, ich habe hier schon mal einen Schild zu bekommen. Ich bin jetzt der Ring, ich bin jetzt der Ring. Ich bin jetzt der Ring. Nun mal ein Zeichen unseres Team kameraden geboren. Was ist denn Nummer eins? Hinter dir. Hinter dir. Das hab ich beim ersten Mal schon gemerkt. Ich bin der Typ! What the fuck? Nice. Da kannst du dich sogar noch holen. Ob der Typ! Und das Ding ist sogar in der Mitte. Ich hab anscheinend ein bisschen was verpasst. Der Andik hat gerade gut abgefrühstückt. Ich hab 360 Schaden gemacht und 4 Kills. Die waren alle sehr, sehr low. Die waren alle sehr, sehr low. Ich glaub, die Horizon hat nur durch ihre passive Leben, äh, die Watson nur durch ihre passive bekommen. Aber ich hab auch ne lila Schild Octane mit nem weißem Schild gechallenged und gewonnen. Diese Tucklinge machen wir jetzt jede Runde, okay? Ach, einer kriegt nen Disconnect 200 des Sterben der 1 und 3 wieder. Das ist ne geniale Idee. Glaubst du die Lasten zu, dass wir dieses Strat in der ESL machen? Ne. Wenn du jetzt gewinnen kannst, du so nen richtigen Klickfeld diese machen. Die Mitte ist noch gar nicht auf. Jetzt schon. Hey Jungs, da ist einer. Hier ist noch jemand. Ne, schau doch nicht zum Masken. Der Wingman. Ich glaub, da sind noch mehr, oder? Ja, hinter mir ist gerade auch einer gedroppt. Neu! Ich hab einen feinlichen Schild zu schmecken. Hier. Und dahinter. Hier. Nicht bei mir. Ich muss mich kurz heilen. Okay, bei Nockt. Hast du den anderen auch? Hast du den anderen auch? Ja, ich hab auch einen Nockt. Äh, der letzte ist bei mir oben. Hol mal Thomas. Hol mal Thomas. Hol mal Thomas. Ah. Jo. Das ist ein Nockey Game, Alter. Ich küsse gleich. Ey, Bruder, mir geht aktuell die Munition aus, ne? Wem? Ich steh auf, aber schon. Fick den. Warum besiehst du mich, du Fotze, da hinten? Wo ist die? Direkt hier vorne. Jetzt siehst du sie. Mein Herz gehört dir. Sind zwei Gegner. Ich glaub, der andere liegt einfach noch hier unten. Brauche einen Moment zur Heilung. Hier ist sonst noch Rüstung. Ohohoho. Der ist ein Quartier. Ich geh jetzt über die Zipline nach oben. He dead. Ich will den Fick dir. Dann könnt ihr auch ohne, wenn ich jetzt eigentlich spielen soll. Ich werde halt nie wieder so eine Runde spielen. Holy shit. Das ist ja nicht in Ordnung. Ja, das ist halt so, wenn alles klappt. Wenn alles eins zu eins so klappt. Ja, Zono kommt los. Jo, ich war unbedingt heilsreich. Ja, ich bin auch schon. Oh, die haben wir recht. Wie viel Schaden hast du jetzt schon tausend? Äh, ich hab's noch nicht gesehen. Äh, 726. Hast du die ganze Zeit da drauf? Ich hab gerade jetzt das erste Mal drauf geguckt, Bruder. Bis zum nächsten Mal.